Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie morgen oder in den nächsten Tagen in einem Go-Bladen einkaufen gehen, werden Sie feststellen, dass alle Joghurte im 500g Becher zu einem tollen Aktionspreis erhältlich sind. Während der wärmeren Jahreszeit hat man ja besonders gerne Joghurte. Auf den Sommer ist darum jetzt in den Go-B-Molkreis-Sortiment neu festgelegt worden. Sie sehen, Go-B macht Aktionen mit Produkten, die man wirklich braucht. Es hat sich herausgestellt, dass Konsumenten, also Sie, am liebsten Birchermüsli, Aprikosen, Eppbeere und Natür haben, die man z.B. selber mit seinen bevorzugten Früchten mischen kann. Auch wer statt viel Joghurt lieber viel vom milderen Bifidus hat, kann jetzt bei Go-B auf die günstigeren 500g Becher umsteigen. Und auch beim Bifidus sind die neuen Sommersorten im Laden. Im Vergleich mit dem 180g Becher und dank der Aktion können Sie also auch hier wieder Geld sparen. Zum Aktionspreis offrieren wir Ihnen diese Woche noch ein ganz anderes Produkt, nämlich Thulettenpapier in einer 20er Packung. Das Besondere an diesem Thulettenpapier ist aber, dass es zu 100% aus Altpapier hergestellt worden ist. Dass das Papier trotzdem von bester Qualität und hygienisch absolut einwandfrei ist, das zeigen wir Ihnen in einem Filmbeitrag. Kostbare Rohstoffe zurück zu gewinnen wird heute immer wichtiger. Darum werden Wegwerfartikel wie Thulettenpapier, Haushaltrollen oder Papiernastüchchen mehr und mehr aus Altpapier hergestellt. Über 60% ist der Anteil an rezyklierten, also wiederaufbereiteten Produkten, z.B. hier in diesem Betrieb in Däniken im Kanton Sollenturm. Im Pulper, eine Art riesiger Mixer, wird das Altpapier mit Wasser vermischt und zu einem Brei verarbeitet. Dieser wird anschliessend in einem geschlossenen Wasserkreislauf gewaschen und eingedickt und in einem mechanischen Verfahren ohne Chemie von Farbresten befreit, bevor er auf dieser gewaltigen Papiermaschine in mehreren Arbeitsabläufen zu Tissue ein Ausgangsprodukt für verschiedene Artikel aufbereitet wird. Aller Anfang ist schwer, könnte in den Kommentaren zu diesen Bildern heissen. 1,5 Tonnen schwer ist nämlich eine Tissue-Rolle und es braucht natürlich 3 davon für das dreilagige Thulettenpapier aus der GOP-Aktion. Von jetzt an geht es allerdings ganz leicht weiter. 15'000 Rollen Thuletten oder Haushaltpapier kann diese Anlage pro Stunde rauslassen. Das macht im Tag 12 Eisenbahnwegen voll. Denn wenn schon umweltschonend produziert wird, wird auch umweltschonend transportiert. Vielleicht passiert es auch Ihnen einmal, dass Sie nicht in Stimmung sind zum Grosskochen oder Sie haben vergessen einzukaufen oder es kommt überraschend Besuch. Für solche und andere Gelegenheiten sind die abwechslungsreichen Fertiggerichte von Midi La Guisin eben gedacht. Schach und Matte. Dafür koche ich heute mal. Was hast du am liebsten? Ein feines Pastetchen, ein raffiniertes Pilzgericht oder eine Lasagne? Aha. Du hast meine die neuen Fertiggerichte von GOP entdeckt? Midi La Cuisine. Man kocht es gerne und isst es noch lieber. Und jetzt ganz neu bei GOP, Nasi Goreng. Es gibt Konfitüren, die so gut sind, dass beim daran denken gerade die Jugenderinnerungen wach werden. Vielleicht geht es Ihnen beim Ansehen von diesem Spot auch gerade so. Konfitüren, Bonne Maman. Bei GOP einkaufen heisst auch günstig einkaufen. Aber schauen Sie doch gerade selber. Ein gesundes Sonnenbrot kostet bei GOP von Morna nur 1,35. Und ein Kilo weisse, ausländische Spargeln nur 6,50. Diese super bequeme Relaxlig gibt es für nur 59 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen die Espresso Midi Bar von Satrap zum einmaligen Preis von nur 160 Franken. Wenn Sie für diesen Sommer ein ausserordentlich attraktives und erschwingliches Ferienziel suchen, hätte ich Ihnen jetzt noch einen Vorschlag. Acht Tage Familienbadeferien auf Mallorca zum sensationellen Hochsaisonpreis von nur 790 Franken pro Person. Kinder haben 30% Ermässigung. Der hübsche Badeort Alcudia ist ein ideales Ferienziel für alle, die die Ruhe suchen, Sportwetter treiben oder einfach nur Fuulenzen. Das Apart Hotel Alcudia Pins liegt direkt am Sandstrand und bietet viel Komfort, Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten. 19 Reisedaten von Mitte Juni bis Mitte Oktober können wir Ihnen nach Mallorca anbieten. Detaillierte Informationen finden Sie diese Woche in der GOB-Zeitung oder noch besser unter der Gratistelefonnummer 155 11 14. Läuten Sie jetzt an, unsere Reisespezialisten stehen Ihnen noch bis zum 10 für weitere Auskünfte zur Verfügung. Soviel für heute aus dem GOB-Inforama. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Hinschauen bis am nächsten Mittwoch. Dann zeigen wir Ihnen unter anderem, wie man sich gegen die gefährliche UV-Strahlung schützt und stellen Ihnen die neuesten Modetrends der BELDAM Kosmetik vor. Ein schönen Abend.